Und herzlich willkommen auch hier wieder zurück zum Destiny Projekt, ja nächste Folge, mal schauen wie lang die heute wird, weil die sind ja immer abwechslungsreich, die Folgen, ist immer je nachdem wie ich gerade Lust habe, ob ich eine Folge am Tag mache oder zwei, dann kann ich das halt entscheiden immer in der Folge. So, weiter geht's auch hier, wir müssen nämlich ein bisschen was vorbereiten. Warte mal hier, es wird stund, können wir erstmal hier wegtun. Lalalalalala, das brauchen wir gerade nicht, hier Nahrung. Tisch, was kann hier rein? Was ist das denn hier? Das sind hier von den Nashörnern, diese Stoßzähne, das weiß ich gar nicht. So. Armadillo, Armadillo. Machen wir jetzt erst das fertig oder machen wir erst was anderes fertig? Ich glaube ich würde mir erstmal einen Bereich machen. Und dazu habe ich doch hier irgendwo Monster, genau da. Da sind die Rucksäcke, ich weiß jetzt nicht in welchem Rucksack das ist. Da, den Destruction Katalys, ich will mir hoffen, dass das jetzt nicht abschmiert. Das soll ja funktionieren. Danke. Dafür brauchst du drei. Okay. So, erstmal einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. So, das kann man auch noch selber wegschaufeln hier. So, warte mal, Gravel, den schaufle ich auch nochmal selber ab. Na, Gravel. Hallo, ich will einen Gravel haben und nicht immer Sand. Gravel ist nämlich geil, da braucht man nämlich für die Smelter, wie gesagt. So, jetzt haben wir das da, jetzt machen wir noch da. Da, da. Oh, da sind Diamanten. Ich habe keine mehr. Nein. Oh, ist das Harvey? Bisschen leiser machen, ganz gemütlich, ganz gechillt. Aber ich dachte, ich hätte noch mehr Sand, beziehungsweise... Ach, Sand, ich sag schon mehr Gunpowder. Ist ja noch ein paar Monsterschnetzeln, aber hier unten kommt nämlich ein bisschen was rein. Dass wir hier drin arbeiten können. So, warte mal, bevor jetzt gleich hier irgendwie Sand runterkommt. Machen wir das mal eben so. Weil da wird definitiv Sand runterkommen. Da kommt schon mal Sand, da kommt Sand. Da und da. So, dann können wir das nämlich so schnell einsammeln. Ja, das blieb jetzt nicht aus, das zu machen hier. Na, bei der nächsten Reihe klappt es ja auch wieder. Und dann ist mal da, da. Überall mal eine hin. Klatschen das hier mal weg. So, geht es eigentlich relativ schnell. Ich nehme mal ein paar Fackeln hinsetzen und einfach hier wegklappen. Oh, da fehlt noch. Kommen wir gleich hier mit. So, dann können nämlich auch die Fackeln hier wieder weg. Lalalalalala, lalalala. Na, kommt schon. Oh, die Uhr ist noch da. Ich dachte, die wäre nämlich schon wieder weg gewesen. Was machen wir denn hier mit? Hier müssen wir eigentlich auch das gleiche machen, ne? Mal gucken, wo muss ich lang gehen. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da kann ich jetzt erstmal überall Fackeln hinsetzen. Das geht ja, glaube ich, schneller. Jetzt kann ich nicht, ob ich die Dinger eigentlich auch so auf dem Stuff wieder rausbekomme. Obwohl der Stuff ganz geil ist eigentlich so. Für den Moment hier. Blub, 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 blub. Dann würde ich sagen, fangen wir mal hier hinten an. Mal gucken, wann kommt das Erste? Hier noch nicht. Noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Da kommt's aber angeflogen. So, nee, so. Dann tun wir erstmal die Erde wegkloppen hier. Na, jetzt kommt noch viel Material wieder. Aber das können wir alles ja wiederverwenden. Oh, Erde. Unglaublich. Nein. Einmal so, einmal so. Dann kriegen wir, wie gesagt, den kleinen Untergrund. Und da können wir ein bisschen was reinbauen. Zum Beispiel jetzt den Zaubertisch oder sowas schon mal. Dass wir halt das hinter uns haben. Dann können wir nämlich schon mal Sachen verzaubern. Dann haben wir nämlich die XP-Punkte da wenigstens investiert drin schon mal. Gott sei Dank hab ich noch eine. Ich hab das auch die letzte. La, la, la. So lässt sich nämlich alles schneller und einfach abbauen. Dann muss ich nicht alles hier tausendfach von der Erde noch weg, noch vom Sand weg kloppen. Wie. So. La, 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 la. Da, 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 hier. Mach mal weg. Und hier kommt jetzt gleich eine Schicht Steine drauf. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie die Creeper irgendwo ärgern können, wenn es jetzt gleich wieder nachts ist. Dass wir aber auf jeden Fall Looting drauf haben. Na, guck schon. So, hier machen wir mal Sandstein raus. Welcher ist denn davon falsch? Sand. Der Rest ist Sandstein. Aber der Rest ist Sandstein. Es wird auch schon wieder dunkel. Das ist natürlich nicht gut, aber da können wir auch schlafen gehen. Da könnten wir auch zur Nutz schlafen gehen. So, set home. Din din din. Din din din. Wo habe ich das Material da? Und jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen zu wenig Gunpowder gehabt, aber egal. Kann man leider auch nichts machen. Dann hier ist noch ein Baumaterial, das kommt erstmal noch da rein. Dann bauen wir Holz. Holz oder wir nehmen diesen hier, diesen Stein. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Dann richten wir uns hier schon mal unten ein bisschen ein. Sollen wir uns jetzt in irgendeiner Ecke schon mal irgendwo den Zaubertisch hinbauen. Wobei der Zaubertisch auch da hinten hin könnte, aber wir können das da hinten mit verbinden. Wenn wir da Gangkind machen. Ja, oder hier sitzen wir irgendwas ein, das finde ich weiß es noch nicht ganz. So, hier kommen wir ja hoch. Weil das steht ja mit da drüben verbunden, aber das muss ja auch noch tiefer hier, das hier. Wobei wir sagen können, wir gehen hier so durch. Jetzt müsste doch, wo ist denn das Ding? Ich muss gar nicht so weit, ne? Achso, das ist das Gebilde, wo ich hin muss, alles klar. Aber die Höhe kann ich jetzt nicht abschätzen, aber ungefähr den Weg, wo ich hin muss. Zumindest, wie gesagt, dass wir einen groben Weg hier hin schaffen. So, passt das ungefähr, ne? Ein, zwei Blöcke noch. Die, die, die. So, jetzt gehen wir mal rüber. Und schauen wir, wo wir denn da rauskommen. Die, die. Die, 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 die. Ach, guck mal, ist doch gar nicht so tief. So, dann wären wir nämlich schon mal hier. Dann machen wir uns hier einen schönen Gangkin. Hier machen wir dann ein paar runter. So, gehen wir noch hier ein paar runter, dann können wir nämlich das alles schön auskleiden. Hier muss natürlich eine Dreierbreite, beziehungsweise muss auch natürlich auch noch höher gemacht werden, damit wir es richtig auskleiden können. Obwohl es nicht das Schöne sein soll, es soll ja eigentlich nur funktionieren. So, hier wissen wir schon mal, dass wir hier so lang müssen. So, klar, dann haben wir die Verbindung. Dann könnten wir doch wirklich das hier mit dem Zaubertisch irgendwo hier hin machen. Hier so in die Ecke, oder? Das passt ja auch, glaube ich. Vom Aufbau her, wo sind denn meine Bücher drin, beziehungsweise Holz habe ich noch hier. Da sind doch die Big Packs drin, genau. Ja, wo habe ich denn die Bücher? Da habe ich es einmal. Und, na, hier sind keine. Plack. So, das. So eine Werkbundschung, komme ich da oben dran. Da komme ich locker dran. Dann schmeißen wir erstmal ein paar Bücher hier rein. Und, dankeschön. 16. Machen wir noch ein paar mehr, machen wir jetzt eine Folie. Wird wir noch haben, 3. 2. 1 können wir noch machen, 21 Bücherregale, ist okay. Ohne, eh nicht so viele. Ah, jetzt, ne, Bücher habe ich noch, ich wollte gerade sagen. Achso, ich brauche einen Obsidian auch noch dafür, alles klar, kriegen wir hin. Flop. Flop. Ich glaube, zwei Diamanten waren es auch noch. So, wo sind jetzt die Obsidian? Diese müssten auch irgendwo hier drin sein. Äh, das müsste blöd jetzt mit dem rumhüpfen, ja, aber... Ja, ja. Ne, stimmt gar nicht, der kommt ja hier rein, der Destruction-Katalys. Da ist er noch Obsidian, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein Buch oben drauf. Der ist ein Zaubertisch, Enchanter. So, jetzt gab es noch Enchantment Plus, glaube ich, hier drauf. Müsste ich aber lügen. Oder? Oh, bitte. Äh. Table, 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 Table. Nur den. Ich gucke mal gerade. Ha, den kann man einschmerzen. Ha, ha, geil. Es gibt nur den, okay. Es gibt nur den. Dann machen wir den mal hier in der Wand hin. Den so hin. Dann machen wir erstmal so. Wie viel kannst du denn? Player Level, jetzt kannst du schon Level 34, 40, 46, 52. Da können, habe ich noch ein bisschen Holz? Oh, ich habe auch gar kein Holz mehr. Eieiei. Müssen wir uns auf Suche auf Holz machen. Ist aber auch da hinten einfach irgendwie im Baum einfach hinweg schlachten, erdruhen und einfach nur Holz zum Stickies machen oder sowas. Das andere hole ich mir irgendwo anders her. Da muss ich auf jeden Fall roden bis zum Eckbrechen. Ja, Platz im Moment habe ich auf jeden Fall. Die Axt wird kaputt gehen. Ja. Oh, ne, die hat ein bisschen gehalten. Das ist auch okay. Ja, das reicht vom Holz her erstmal. Ein paar Sticks zu machen und so allgemein für Bücherregale, für Patronen. Dann können wir das so verarbeiten. Da ist ja auch noch genug von dem Stein. Den können wir uns da hinten alles rausholen. Das kriegen wir da hin. So, mit dort Essen. Dann müssen wir uns gleich als nächstes drum kümmern in der nächsten Folge um Essen. Das ist jetzt erstmal nur, dass ich meine Levels immer wegbekommen und sicher habe. Boah, man, Delos, geht einfach mal weg hier. So, erstmal ein Stack hier benutzen. Das hier rein, komm, die Sitzlinge kommen erstmal hier rein. Ein paar Stacks Holz brauche ich nicht hier. Dann haben wir hier noch ein paar Bücherregale. Obwohl eins okay ist, eins reicht erstmal. Library. Achso, geil. Jetzt kriege ich jetzt das Benchmark dafür. Das reicht. Das reicht vollkommen hier. Dann würde ich sagen, Looting hier drauf. Und Afterlife 3. Mist. Dann machen wir erstmal Looting, Enchant und Repair. So, dann gibt es mehr Loot. Das reicht vollkommen gerade. Rucksack hier rein. Und das andere Schneidzeug irgendwo hier rein. Das da rein. Dup, 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 dup. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Jetzt müssen wir das auch noch, das Clay. Das müssen wir klein kriegen. Flug gerade auf der Folge. Das machen wir eben noch schnell zu Ende. Das sollten wir noch schnell hinkriegen. Und dann müssen wir uns um Essen kümmern. Automatisch Farben oder sowas. Ganz schnell hinzimmern. Die können wir hinterbauen. Das wir hinter uns alles automatisch haben. Gut. Ich logge mich aus. Und würde sagen, es hat euch gefallen. Mit dieser schönen Musik im Hintergrund. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und AP. Und tschüss. Tschüss.